Ich freue mich heute, Ihnen ganz kurz eine Einleitung zu dem Thema Ambient Assisted Living zu geben. Herr Schmiedl hat es ja schon gesagt, das Thema ist schon seit einigen Jahren eigentlich präsent und ich selbst bin auch seit 2005, 2006 an dem Thema dran. Das heißt, wir werden heute jetzt mal reinschauen, was steckt eigentlich dahinter und wo kann uns das in unseren Bereichen vielleicht helfen. Ich selbst komme vom Landeskompetenzzentrum Pflege und Digitalisierung Baden-Württemberg und wir versuchen bei uns im The Land sozusagen das Thema Pflege und Digitalisierung zusammenzubringen. Zum einen natürlich für unsere Pflegeeinrichtungen, aber natürlich auch für unsere Zivilgesellschaft und unsere Bewohner. Heißt also im groben Durchlauf wird es heute darum gehen, ich will Ihnen ganz kurz ein bisschen was zur Motivation sagen, ein paar Begriffe, ein paar Zahlen, denn auf ein paar Lösungen sozusagen im Überflug mal eingehen, weil wir haben ja dann noch zwei weitere Impulse, die konkret Lösungen aufgreifen. Ganz kurz noch mal ein bisschen Pro und Contra und dann enden wir mit einem Fazit. Genau, Zahlen und Begriffe. Herr Schmiedl hat es ja schon angefangen. Ich habe ja wirklich mal eine sehr alte Definition genommen von AHL. Wir brauchen jetzt gar nicht ganz tief in den Text einsteigen, weil die wichtigen Sachen habe ich mal versucht zu markieren. Es geht hier wirklich um Konzepte, um Produkte, aber auch um Dienstleistungen. Also nicht nur eine einzelne Technologie, nicht nur ein Produkt, sondern es geht auch wirklich um das Ganze drumherum. Und dann geht es nämlich darum, Lebensqualität zu erhöhen in allen Lebensabschnitten. Und da auch, wie wir es gerade gehört haben, sozusagen möglichst lange daheim leben. Und da sind ganz viele Möglichkeiten eigentlich dabei. Früher war das eigentlich immer auf die, ich nenne es jetzt mal die alten Leute, fokussiert. Mittlerweile hat man den Teil eigentlich rausgegeben. Dieses selbstbestimmte Leben ist ja eigentlich fast unabhängig. Das AHL an sich hat ab und zu, kommt da mal jemand und macht auch versucht, einen neuen Namen zu geben. Das hieß zwischendurch dann auch mal wieder Active Assisted Living. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, hier zu schauen, wie kann Technologie bzw. wie können digital gestützte Lösungen beim Leben in einer gewissen Unabhängigkeit helfen? Oder in einem selbstbestimmten Umfeld? Und das ist ein ganzer Trend, was wir jetzt immer an ganz vielen, ja, Buzzwords und an ganz vielen Stellen hören, ist immer noch das Thema Smart Home, Smart Living, AI, also Artificial Intelligence und KI, Künstliche Intelligenz in Deutsch. Das sind alles eine Schlagworte, da passiert gerade ganz viel und wir versuchen das vielleicht mal ein bisschen zu sortieren, weil an vielen Stellen greift das sogar aneinander. Aber keine Angst, wir gehen jetzt nicht in einen Vortrag zum Thema KI, aber dennoch werden wir sehen, an einigen Stellen gibt es hier Überlappung und wir greifen immer wieder rein. Ich sagte ja, wir wollen auch ein bisschen mit Zahlen starten, darum gehen wir mal zum Anfang zurück, warum machen wir eigentlich das Ganze? Bevölkerungspyramide bzw. die demografische Entwicklung ist uns, glaube ich, allen geläufig. Also gerade was wir außen sehen, die schwarze Umrandung, das ist die aktuelle Situation, wo wir noch einen relativ starken Mittelbau haben in der Projektion, wird diese natürlich nachlassen. Heißt, wir werden 2050 einen Anteil von ca. 26% haben von Menschen, die älter sind als 67 Jahre. Das ist jetzt gar nicht als Bedrohung zu sehen, aber was damit einhergeht, ist natürlich auch, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen steigen wird. Also von aktuell knappen 5 Millionen hin zu 7 Millionen Pflegebedürftigen. Das ist eigentlich auch noch nicht schlimm, wenn wir uns aber die aktuellen Versorgungssituationen mal angucken, wo findet denn Pflege statt? Denn sehen wir, das sind sozusagen die zwei roten Elemente, Pflegebedürftigkeit, werden zu Hause versorgt, einmal mit Angehörigen oder mit einem ambulanten Pflegedienst bzw. einem Betreuungsdienst. Aber wir sehen, selbst von den 84%, die zu Hause versorgt werden, das sind ganz, ganz großer Teil, überwiegend nur durch Angehörige. Und da gucken wir wirklich, wie kann man denn jetzt Unterstützung bekommen, wie kann der pflegende Angehörige hier entlastet werden, um in der Häuslichkeit sozusagen die Pflegeleistung oder die Pflege zu erbringen. Und darum gehen wir einfach mal in das Thema Häuslichkeit rein. Wir sprechen ja hier von AAL, also dieses Ambient Assisted Living und ein typisches Szenario, was man immer wieder kannte, wir gehen in der Nacht vom Bett zur Toilette und wir kennen alle die Lösungen. Es gibt diesen sogenannten Notrufknopf, aber wo habe ich den Notrufknopf? Normalerweise in der Nacht, wahrscheinlich nicht am Armband oder auch am Handgelenk und auch diese Armbänder, die werde ich nicht dabei haben. Das heißt, wenn hier ein Sturz passieren würde oder eine Gefahrensituation passiert, dann sind wir eigentlich genau mit diesen Elementen, die am Körper wären, werden wir denn nicht geschützt. Und das ist genau das Thema, was man dann gesagt hat, okay, von diesen sogenannten Variables, von diesen körpernahen Lösungen, gehen wir weg in die Umgebung, in das Ambiente, darum Ambient Assisted Living, also das umgebungsgestützte Wohnen, Leben. Das geht bei einigen Elementen, funktioniert das, wir werden nachher aber auch bei anderen Anforderungen sehen oder Bedarfssituationen sehen, wo das natürlich nicht geht. Das heißt, man hat aber damals wirklich versucht zu gucken, was kann ich in den Kontext, in meine Umgebung legen, was mir denn an vielen Stellen unterstützen oder Unterstützung geben kann. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Thema, ich nenne es jetzt mal Smart Home, weil das ist eigentlich sehr komplex, aber heutzutage können wir ganz, ganz viele Elemente, die wir in der Wohnung schon haben, ganz viele Sensoren, die eigentlich da sind, zusammenführen. Also das Smart Home an sich ist einfach eine Plattform von verschiedensten Informationsdiensten und verschiedenen Informationen, wir kriegen ganz verschiedene Daten und diese wollen wir denn irgendwie zusammenführen, um daraus wirklich Informationen zu machen. Also Daten sind ganz kleine Elemente, die zum Beispiel ein Thermometer kann mir eine gewisse Zahl liefern, zum Beispiel 36 Grad, das wissen wir denn wahrscheinlich ist das nicht unbedingt die Umgebungstemperatur, sondern vielleicht eine Körpertemperatur, wobei die dann auch nicht mehr wirklich gesund wäre. Aber da müssen wir wirklich gucken, wie kriege ich aus diesen Daten Informationen und da lassen sich natürlich viele Daten denn wirklich verbinden. Und die Szenarien, die es da ergibt, wenn wir mal gucken, wo gibt es denn Unterstützungsfelder, wo solche Technologie unterstützen kann, das ist zum einen ganz offensichtlich, was wir glaube ich alle ganz viel nutzen, das Thema Unterhaltung und Kommunikation. Auf der anderen Seite hat es immer mehr Einzug gehalten in Gesundheit und Fitness. Im Bereich der Pflege, der Unterstützung kommt ein gewisses Aktivitätsmonitoring natürlich noch dazu, beziehungsweise was auch immer ganz wichtig ist, Alltagsstrukturierung, also Erinnerung, Alltagshilfen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der sozusagen eher so ein Schub ist, wie kommt denn sowas in unsere Umgebung hinein, das ist natürlich Lösung im Bereich des Komforts und der Sicherheit, wo wir auch auf Technologie in den letzten Jahren eigentlich immer mehr vertrauen können, beziehungsweise Vertrauen aufgebaut haben. Ein Beispiel für so einen Ort des Erlebens, weil ganz oft ist es so, es gibt einen Riesenmarkt an Lösungen, aber wir werden nicht für jeden Bedarf, beziehungsweise wir können nicht sagen, diese eine Lösung ist die Lösung für alle Situationen, sondern man muss wirklich Bedarfe anschauen. Man muss Bedarfe analysieren und individuelle Lösungen finden und darum muss ich mir Inspirationen holen und ein Ort für solche Inspirationen sozusagen ein bisschen Eigenwerbung, aber wir haben es halt festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich Musterwohnungen, Demowohnungen mal anschaut, weil in Tübingen zum Beispiel steht das Lebensphasenhaus, wir eine Musterwohnung drin haben, wo kein großer Technikkatalog ist, aber gewisse Themen einfach aufgegriffen werden. Nicht mit der optimalen Lösung, weil die optimale Lösung wird es nicht für alle Situationen geben, aber um Inspirationen zu sammeln und darum will ich jetzt einfach mal durchs Lebensphasenhaus an einige Elemente gehen, wo wir bestimmte Situationen einfach aufgreifen können. Das fängt nämlich schon beim Zugang an, also wir kennen das alle, natürlich Zugang über den Schlüssel, das ist glaube ich ganz, ganz einfach, aber immer mehr Systeme, beziehungsweise neuere Systeme lassen natürlich zum Beispiel den Fingerabdruck zu, rein theoretisch kann ich das auch mit, wir sehen es in der Mitte, diese, also das ist ein Intercom, also eine Videokommunikation, das ich aus der Fernetür öffnen kann. Ich kann es per App öffnen, wenn ich mit dem Rollstuhl komme, kann ich natürlich vielleicht auch einfach einen Knopf nehmen. Das sind aber ganz viele verschiedene Szenarien, die ich dadurch denken muss und ob ich das überhaupt will, will ich denn überhaupt, dass ich sowas aus der Ferne öffnen kann. Da finden sich ganz schnell Szenarien, wo das absolut Sinn macht, wenn ich nämlich zum Beispiel Hilfe brauche und einen Notrufdienst sozusagen hereinkommen möchte, ohne dass das große Schlüsselspiel gespielt werden muss. Wer hat den Zugang, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag mit einem Hausnotrufdienstleister habe, wie kommt denn dieser rein oder allgemein bei Notrufen ist es natürlich einfacher, wenn man sozusagen hier einen Zugang geben kann. Aber auch im familiären Kontext ist sowas natürlich auch immer eine Sache, wo man darüber diskutieren kann. Dennoch wollen wir nicht sagen, es ist Pflicht, dass ich das natürlich aus der Ferne öffnen kann, weil man muss immer die Situation natürlich sehen. Ein weiterer Punkt und eine ganz große Herausforderung bei diesen AAL-Lösungen ist, dass ich mit meiner Umgebung interagieren möchte. Ich glaube, die Interaktion, jeder der Sprachassistenten hat, hat das schon mal mitgekriegt. Das funktioniert super, wenn ich alleine bin. Aber auch bei Sprachassistenten hört der Spaß ziemlich auf, wenn ich ganz viele Leute um mich rum habe, wenn viele Leute im Raum sprechen. Das heißt, die Interaktionsmechanismen mit solchen intelligenten Systemen, intelligente Häuser, Smart Home, das muss man wirklich bedenken. Das muss man mitdenken. Es kann über ein Touch-Interface laufen, wie wir es hier haben. Es kann ganz viel automatisch laufen. Aber da müssen wir auch aufpassen. Automatik ist gut, solange ich sie verstehe. Man muss aber wirklich darauf achten, wer hat denn die Kontrolle darüber. Also immer abends 18 Uhr geht der Roller runter. Das funktioniert super, solange ich nicht zufällig draußen auf meiner Terrasse sitze. Der Roller geht nicht mehr runter und ich komme nicht mehr in mein Haus. Also man muss wirklich gucken, wie kann ich gewisse Sachen kombinieren, wer hat wie die Kontrolle über das System. Und das wird noch komplizierter, wenn ich natürlich mit mehreren Leuten in so einem Smart Home oder in einem unterstützten Haus wohne. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich hierüber Gedanken zu machen. Und diese ganzen Optionen, ja, es gibt auch noch Schalter, aber dass man diese sozusagen sich mal anschaut und durchdenkt, wenn man solche Sachen konzipiert. Das war jetzt Interaktion, das zählt ja eher so in dem Bereich Kommunikation, kann man gleich auch nochmal. Aber eigentlich gestartet ist das Ganze mit dem Thema Assistenz. Damals hat man das kategorisiert in drei verschiedene Generationen, also assistive Geräte, die einem vielleicht beim Aufstehen helfen. Also einfach nur mechanisch irgendwie unterstützen oder natürlich kann das auch elektromechanisch gestehen. Die zweite Stufe war dann schon, wir haben Sensoren und die haben Daten erfasst und vielleicht auch ausgewertet. Sie kennen das wahrscheinlich noch, vor ein paar Jahren war ein riesen Hype an Schrittzählern, an verschiedenen Fitnessgeräten, die kamen raus, haben auch Informationen gesammelt und mir gegeben. Meistens aber auf einer Herstellerplattform. Und dann hatte ich zu dieser einen Anwendung auch Informationen. Und die dritte Generation war dann diese Generation, wo ich einfach verschiedene Sensorik habe, verschiedene Informationen auch miteinander verbinden kann und proaktiv auf den Nutzer einwirken kann. Also hinweisen, jetzt lüfte doch mal, die Luftqualität ist nicht so gut oder auch vielleicht, wenn ich gesundheitliche Veränderungen entdecke, dass ich hier Warnungen machen kann. Also auch in diesen Generationen hat sich extrem viel in den letzten, ich sage jetzt mal so 20 Jahren, ich glaube 2005 kam das erste Mal das Wort AAL, das kam sogar aus dem Deutschen, vom BMBF kam das auch. Das heißt, da hat sich sehr viel getan. Und bei dem Thema Assistenz, ich glaube, wenn wir älter werden und wenn wir auch Pflegesituationen zu Hause haben, ist ein großes Thema auch immer das Thema Mobilität. Darum sind jetzt hier mal zwei Elemente. Das eine ist ein Lifter, den kann ich im Bad einsetzen oder auch ein Bett, was sozusagen einen sogar mit rausdreht. Das ist zum einen natürlich diese Art Pflegewett, ich kann es in der Höhe vorstellen, aber vielleicht auch beim Mobilisieren mit unterstützt beim raus, beim Bett verlassen. Ich glaube, weil das sind diese großen Momente aus dem Stuhl rauskommen, von der Toilette hochkommen und aus dem Bett hochkommen. Wenn ich diese Momente überwunden habe, dann bin ich auch mobil. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber es gibt bestimmte Situationen, da muss man erst mal rauskommen. Und das kann natürlich mit Assistenzgeschehen im Sinne von Menschen. Pflege findet nie allein statt. Ich glaube, da sind wir uns auch klar, also der wird auch nicht irgendwann der Roboter kommen, der das alles übernimmt, sondern hier braucht es Assistenten, die dann vielleicht gemeinsam dazu führen, dass man die aktuelle Lebenssituation meistern kann. Ein anderes Thema, das ist dann noch Beleuchtung. Beleuchtung hat zum einen natürlich immer was von Wohlbefinden. Also wir können das mit Beleuchtung kann ich ganz viele Stimmungen erzeugen, aber ich kann an vielen Stellen auch Sicherheit erzeugen, kann auch das Thema Prävention aufgreifen. Also was wir hier jetzt auch sehen, ist eine Art Lichtsystem, um zum Beispiel in der Nacht ins Bad zu führen. Wir können aber bei Beleuchtung auch mit Farben arbeiten. Wir haben dort eine zirkadiane Beleuchtung, die sozusagen den Tagesablauf nachführt. Weil wir wissen, das blaue Licht, was zum Beispiel durch unsere Sonne ganz normal auf uns einwirken würde, baut morgens Melatonin ab. Wir werden wach, weil Melatonin ist ein Schläfrigkeitshormon. Und abends ist der Blauanteil der Sonne nicht mehr so stark. Also wir sehen es, blau fehlt, dann wirkt es ein bisschen rötlicher, wärmeres sozusagen. Und es baut sich Melatonin auf. Wir werden wieder müde. Das ist der übliche normale Tagesablauf, der bei einem gesunden Menschen so ist. Wenn ich jetzt aber vielleicht nicht mehr so mobil bin oder vielleicht auch da schon Defizite habe, kann ich das natürlich versuchen, auch durch Beleuchtung nachzuführen. Wobei man auch wissenschaftlich ehrlich sein muss. Die Beleuchtungsstärken einer Leuchte und wir haben ja schon sehr starke Leuchten, sind natürlich weit weg von dem, was unsere Sonne abgeben kann. Ja, ein weiteres Beispiel, aber da will ich gar nicht zu tief einsteigen, weil wir hören ja gleich noch was zur Sturzerkennung. Aber das ist ein ganz tolles Beispiel, wie man gesehen hat, wie verschiedenste Technologien, verschiedenste Elemente für eine Anforderung arbeiten können. Ich glaube, Beschleunigungsmesser, also heutzutage was im Handy drin ist, was in den Uhren drin ist, das kennen wir alle. Also die muss ich am Körper haben, wenn ich hinfalle, können die einen Sturz auslösen, beziehungsweise einen Sturz-Event auslösen. Das funktioniert auch super bei sportlichen Stürzen. Also wenn ich sozusagen mit dem Fahrrad gegen einen Baum fahre oder einfach stürze, dann ist das ein harter Impact. Das kriegen die Uhren auch mit, damit wird ja teilweise auch Werbung gemacht. Aber zum einen muss ich die Uhren natürlich am Körper haben, zum anderen muss der Sturz eine entsprechende Sturzcharakteristik besitzen. Auf der anderen Seite gibt es Kamerasysteme, brauchen wir jetzt gar nicht viel drauf eingehen, weil Kameras wissen wir auch, wie da die Akzeptanz ist. Nicht jeder möchte in seinem Bad eine Kamera haben. Dann gibt es noch 3D-Scanner, habe ich jetzt mal genannt, das sind seine Radarsysteme oder Laserabtastsysteme. Die kennt man, die werden immer populärer, weil sie langsam auch bezahlbarer waren. Und dann, dazu hören wir nachher, meines Erachtens noch was, kann ich natürlich auch so etwas über Bodensensorik machen. Das ist jetzt alles der Bereich Sturzerkennung. Sturzprävention wäre natürlich viel schöner, weil bevor ich stürze, haben glaube ich alle mehr Spaß an der ganzen Sache, bevor ich ins Krankenhaus muss. Sondern lieber den Sturz verhindern. Und das kann natürlich durch Beleuchtung, das Thema hat man ja vorher geschehen, oder ich kann auch gleichzeitig an anderen Stellen einfach eine Gangbildanalyse machen. Also gucken, wie verhalte ich mich, wie ändert sich mein Gangbild über die Zeit, kann denn vielleicht auch gewisse Trainingseffekte auch gehen, und auf Training gehen, um Sturzereignisse zu verhindern. Ja, und jetzt fast zum Schluss kommen wir zu dem Thema Kommunikation und Unterhaltung, weil das ist das, was wir auch von Technologie erwarten. Mittlerweile Medienkonsum findet ganz normal an unseren Smart TVs oder an anderen Elementen, wie wir sie hier auch sehen, statt. Ganz wichtig ist aber, um das Thema Vereinsamung natürlich zu bekämpfen, das Thema Inklusion. Inklusion, also wirklich Kommunikation mit An- und Zugehörigen, und was wir immer mehr jetzt in unserer Gesellschaft auch sehen, weil ja Familienkontexte jetzt viel mehr verteilt sind über die Fläche, dass wir natürlich das Quartier einbeziehen. Also dass wir schauen, wer ist meine Nachbarschaft, wie kann ich hier in Kommunikation gehen, wie kann ich hier vielleicht auch auf gemeinsame Veranstaltungen gehen, wie kann ich mich hier austauschen. Das kann natürlich elektronisch unterstützt werden, gibt es auch ganz verschiedene Lösungen in ihrer Komplexität. Rechts unten ist mal eines abgebildet, da steuere ich zum Beispiel alles nur über Karten, ich brauche überhaupt keine Ahnung von dem Tablet haben, aber da gibt es wie gesagt je nach Anforderung ganz verschiedene Systeme. Und Haussteuerung per Sprache hatte ich vorhin auch schon, das kennen wir glaube ich mittlerweile auch, an vielen Stellen zumindest von Videos oder von Freunden und Kollegen, das kann teilweise gute Effekte haben, es kann Unabhängigkeit bringen in der Interaktion, hat aber natürlich seine Herausforderung. Genau, bevor wir jetzt sozusagen zu den Pros und Contras kommen, möchte ich auf das Thema, greife ich mir eins raus, Thema Sicherheit, Herdüberwachung. Das ist nämlich wirklich die Kombinatorik aus verschiedenster Sensorik, zum einen überwache ich den Stromverbrauch, also im Sinne von ist der Herd gerade an, auf der anderen Seite kann ich natürlich die Temperatur überprüfen, weil ergibt sich daraus vielleicht eine gefährliche Situation und schlussendlich habe ich noch einen Bewegungsmelder, stehe ich vielleicht vom Herd, dann müsste ich ja mitkriegen, wenn da was passiert. Und genau diese Kombination muss ich bei so einem Herdwächter oder bei so einer Herdüberwachung wirklich zusammenführen. Ich darf natürlich was kochen und das darf auch heiß werden, es darf vielleicht auch ein bisschen köcheln, aber wenn vielleicht nach einer Viertelstunde oder nach einer Halbstunde, je nachdem wie da eingestellt ist, niemand sich vom Herd bewegt hat, dann kann man mal einen Alarm rausgeben, wenn ich dann weiß, da köchelt was, der gute Eindruck, dann gehe ich da hin, quitiere das und es läuft weiter. Wenn ich allerdings nicht quitiere, ganz einfach, wird im Endeffekt die Stromzufuhr zum Herd gestoppt und eine potenzielle Brandursache wird damit behoben. Aber was man hier wieder zeigen will, ist einfach wieder, man muss bei all diesen Systemen immer den Kontext mitnehmen. Und das ist immer so ein schönes Bild, das hatte ich mal auf irgendeiner Konferenz, hatte man es in einem Workshop, der nasse Arm oder beziehungsweise der feuchte Arm. Was kann die Technologie nämlich nicht? Sie kann nicht unterscheiden. Habe ich da jetzt drauf gekleckert, dann müsste sie vielleicht den Putzroboter losschicken und reinigen. Oder habe ich geweint, dann hilft mir, glaube ich, der Putzroboter recht wenig. Vielleicht habe ich aber auch Sport gemacht und habe einfach nur geschwitzt. Oder andere Situationen, und es gibt sicherlich noch viel mehr, die dazu führen können, dass ich einen feuchten Arm habe. Es kann aber auch einfach nur Regen sein. Und daher muss man wirklich gucken, was kann die Technologie und was kann sie vielleicht jetzt noch nicht. Das Thema AI, KI hatten wir ja schon. Also es gibt natürlich ganz viel, das wir mittlerweile lernen können, dass wir verschiedenste Sachen zusammenbringen können. Und da kommt natürlich die Frage nachher, was will ich davon wirklich haben und was passiert allem mit den Daten. Und Daten ist immer so eine Sache, das wäre wieder wahrscheinlich eine eigene Veranstaltung. Aber was man natürlich beachten muss, ist immer das Thema Datenschutz. Also meine Daten, was wird der Home, was habe ich da, wo sind die? Datensicherheit, also was passiert mit meinen Daten? Also bleiben meine Daten sicher im Sinne von, wenn jetzt eine kleine Einheit in meinem Haus sozusagen, so ein Gerät sich verabschiedet, sind alle meine Daten weg oder sind sie irgendwo gesichert? Beim Rechner kennen wir das, da haben wir vielleicht irgendwo eine Cloud als Backup oder eine externe Festplatte, wo wir die Daten draufpacken, also sicher lagern gegen Verlust sichern. Und das Ganze natürlich ganz wichtig, weil das ist ein Grundrecht, ist das Thema Privatsphäre. Also wir wollen da jetzt gar nicht weiter eingehen, aber das muss man bei all diesen Sachen, egal wo ich eine Kamera aufhänge oder nicht, muss man mitdenken. Es ist nicht verboten, aber man muss diese Sachen mitdenken, man muss darüber diskutieren. Und das ist sozusagen jetzt eigentlich auch die Essenz aus dem Ganzen. Wenn wir Systeme einführen, müssen wir wirklich diese Balance aus Unterstützung und Abhängigkeit finden. Wir wollen natürlich eine gewisse Selbstbestimmtheit, wir wollen aber natürlich auch nicht die eigene Kompetenz entwerten. Wir wollen befähigen, aber wir wollen auch niemals was ersetzen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Technologie soll nicht Menschen ersetzen, aber sie soll vielleicht da unterstützen oder einen Ersatz bieten, wo was anderes nicht mehr möglich ist. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie als Aufruf sozusagen, wie man an das Thema rangehen kann. Man muss offen sein, man muss sich offen mit diesen Lösungen auseinandersetzen. Am besten möglichst früh, also ganz frühzeitig mit den Themen anführen, weil das Ganze findet Schritt für Schritt statt. Ich werde nicht mit einmal sagen, ich mache jetzt hier alles digital, ich rüste mein Haus, mache das ARL fit, sondern es sind kleine Schritte, wie ich auch an die Technologie rankomme. Und da lohnt sich natürlich auch verschiedenste Erlebnisse oder Beratungsangebote einfach mal zu nutzen und sich das anzugucken. Und damit bin ich durch.